Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Marvin Jeske Immobilien. Wir stellen euch heute den Offenbacher Stadtteil Lindenfeld vor. Dieser wurde 2019 zusammen mit elf weiteren Stadtteilen aus einem bis dahin stadtteilfreien Bereich gebildet. Lindenfeld grenzt an die Stadtteile Mathildenviertel, Offenbach-Ost, Buchhügel, Sehnefelder Quartier und Zentrum. Etwa 6.900 Einwohner leben in diesem Stadtteil. Der Stadtteil ist hauptsächlich als Wohngebiet ausgewiesen und profitiert von seiner zentralen Lage und einer ausgezeichneten Infrastruktur. Neben Einkommensmöglichkeiten und Kindergärten befindet sich hier auch die IGS Lindenfeld, eine Grund- und integrierte Gesamtschule. Auch die Lutherkirche ist einen Besuch wert. Sie wurde zwischen 1912 und 1914 erbaut. Zu erreichen ist der Stadtteil über verschiedene Stadtbuslinien der Offenbacher Verkehrsbetriebe. Außerdem grenzt Lindenfeld an die Bundesstraße 43, sodass man Mülheim und Hanau schnell erreichen kann.